Meiner Meinung nach erscheint Patch 9.1 am 6. Juli in Amerika und am 7. Juli in Europa aka bei uns. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie komme ich darauf? Eigentlich relativ easy, weil sehr sehr viel dafür spricht. Zum einen haben wir den Raid vollständig durchgetestet, ich bin mir ziemlich sicher, dass keine Raid-Tests mehr kommen werden, denn wir haben 9 Bosse auf mythischen Schmierigkeitsgrad getestet und in Heroisch haben wir actually alle 10 Bosse getestet, sogar auch Silvanas Windläufer wurde auf Heroisch bereits getestet und es war in der Vergangenheit immer so, dass der Endboss nicht auf mythischen Schmierigkeitsgrad getestet wurde, von daher sind wir da perfekt im Plan. Wie gesagt, alle anderen Bosse wurden auch schon in Mythisch getestet, wie man hier sehen kann, kann man sich alles angucken. Im Mai wurde sehr sehr viel getestet und außerdem wurde ja auch TBC Classic Anfang Juni released, am 1. Juni 2021 wurde ja TBC Classic released, deswegen gehe ich davon aus, dass sie diesen Monat nicht noch Patch 9.1 bringen werden, sondern quasi ein Monat später wurde ja eh schon bestäkuliert, dass dann Anfang Juni Patch 9.1 released. Was außerdem noch dafür spricht, ist folgendes und zwar Patch 8.1 in BFA war actually genau das gleiche wie quasi jetzt, da hat es auch gedauert von PTR Start bis Patch Release genau 12 Wochen und wenn man das jetzt runterrechnet auf den Release von Patch 9.1, dann wäre das genau der 6. bzw. 7. Juli und von dem her sprechen einfach sehr sehr viele Sachen dafür, dass der Patch 9.1 am 7. Juli bei uns released und man muss ja auch bedenken, dass wenn er dann released ist, der Patch, ist ja nicht direkt der Raid und Mythisch Plus und so oder PvP alles verfügbar, sondern es kommt alles wahrscheinlich erst zu zwei bis drei Wochen später und von dem her wäre es dann schon Mitte Juli, wo dann der Raid öffnet, die Season beginnt und so weiter und so fort. Und von dem her, das ist einfach meine Meinung und wenn man sich einfach mal auch anschaut, was jetzt hier diese Woche dazukam beim neuen PTR Patch 9.1 Bild, ist es echt nicht mehr viel. Es scheint einfach so zu sein, dass sie schon so gut wie fertig sind, denn das sind quasi die Updated Patch 9.1 PTR Notes vom 8. Juni und Digga, also ganz ehrlich, das ist echt nicht mehr viel, was hier gemacht wird. Demon Hunter wird ein bisschen verändert nochmal, aber nichts Spannendes und ein bisschen was am Hexenmeister bei PvP wird gemacht und außerdem klar, der Tormented Affix Season 2 M Plus Affix wurde nochmal ein bisschen oder wird nochmal ein bisschen getunt, aber dafür haben sie jetzt noch ein bisschen Zeit, so zwei bis drei Wochen beziehungsweise sogar eigentlich noch über einen Monat Zeit, weil die zweite Mitte Schluss Season von Shadowlands würde ja nicht direkt mit einem Patch Release starten, sondern erstmal die Kampagne und so kann man dann spielen, Cortia freischalten und und und, das würde ja sicherlich wieder getimegated sein und von daher bin ich mir sogar ziemlich, ziemlich sicher, dass es echt der siebte sein wird, wo dann der Patch erscheint. Und ja, gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, es scheint so zu sein, dass Blizzard relativ nah dran ist am Patch 9.1 Release. Ich meine, es ist jetzt immer noch ein zuckernden Monat, dass es dauern würde. Es könnte natürlich auch sein, dass es schon Ende Juni bringen, also am 29. beziehungsweise 30. Juni bringen sie schon den Patch 9.1. Ich glaube aber nicht, einfach aus dem Grund, weil sie diesen Monat schon TBC Classic released haben und von dem her sollten sie sich einfach ruhig Zeit lassen und aufentspannt das Ganze dann releasen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Patch 9.1 rückt näher. Könnt mir mal gerne eure Meinungen in die Kommentare schreiben, wann ihr denkt, dass Patch 9.1 released. Ich sehe mich da, dass es am 7. Juli in Europa released und halt am 6. Juli in Amerika. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne noch liken. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.